Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute für eine Zwiebelsuppe. Ich habe schon das erste mal hier wirklich herzergreifend geweint, denn ich habe vier Zwiebeln geschät. Es sind Gemüsezwiebeln und es wird nämlich eine Zwiebelsuppe. Wer hätte es gedacht. Allerdings eine Gemüsezwiebel, oder man kann auch andere Zwiebeln nehmen, eine Zwiebelcremesuppe. Wobei ich dann aber hinterher dann auch noch mal Zwiebeln reingebe, die dann noch da drin garen. Also damit man auch so wie bei einer Zwiebelsuppe, was dann immer so schön aus dem Mund raushängt. Voll attraktiv. Also deswegen, das machen wir heute so. Und zwar 500 Gramm. Ich komme jetzt erstmal schon mal hier in den Thermomix. Ich zerkleinere mir das nur kurz. Also bei mir sind es jetzt 550 Gramm. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich habe hier noch zwei Knoblauchzehen. Die kommen noch hinzu. Und das wird jetzt für... Ich stelle hier schon Minuten ein. Also so lange brauchst du wirklich nicht. Also ich sag mal 15 Sekunden auf Stufe 5. Hinzu kommen 50 Gramm Olivenöl. Und das wird für 12 Minuten auf Varoma und auf Stufe 2 angedünstet. Da können die sich vergnügen jetzt die Zwiebeln. Ob die auch so viel weinen wie ich? Man weiß es nicht. Und die zwölf Minuten, die nutze ich jetzt aber schon, damit ich hinterher auch wieder normal gucken kann, dass ich die zwei restlichen Gemüsezwiebeln, also nochmal 500 Gramm, mir in Scheiben höre will. Also nicht zu dick, damit die natürlich auch in einer annehmbaren Zeit auch wirklich gaten. Sie werden ja nur gekocht. Also das ist das Ergebnis. Das ist schon eine richtige Menge. Wer nicht so viel möchte, nicht so viel weinen möchte, ich halte es mal weg, der nimmt nur eine Gemüsezwiebeln noch. Also das waren jetzt auch noch mal ungefähr 500 Gramm. Und jetzt weine ich mich erst mal aus. Langsam wird es besser. Muss man nicht alles tun für ein gutes Essen. Die zwölf Minuten sind rum und ja, das ist gut zu so einem Brei gedünstet. Es kommt hinzu, ich fliege es mal ein, 20 Gramm Mehl, damit das einfach ein bisschen Bindung bekommt. Also ich mag es ja gern sehr suppig, aber es würde eine Cremesuppe werden. Dann 500 Gramm Wasser, zwei Esslöffel Gemüsebrühe und jetzt wird es teuer. Feinster Reben shoppen. 200 Gramm. Und wenn ihr keinen Wein nehmen wollt, wie immer, dann nehmt ihr einfach mehr Gemüsebrühe. Also anstatt 500 Milliliter Wasser, dann nehmt ihr dann halt 700. So, dafür mache ich doch glatt noch mal ein gutes Tetra-Päckchen auf. Natürlich einen guten Schuss. Pfeffer und ein Teelöffel Salz. Das kann natürlich durchaus sein, dass ich dann noch mal nachsalzen muss. Aber erstmal nur ein Teelöffel. Jetzt hätte ich doch beinahe vergessen. Hier steht sie. 250 Milliliter meiner sehr beliebten Hafer-Cuisine. Also die Hafer-Kochsahne. Und bevor jetzt die Zwiebelscheiben, also die geriebenen Zwiebeln, reinkommen, püriere ich das nämlich jetzt noch mal für 30 Sekunden auf Stufe 1. Und da der Topf jetzt noch nicht so voll war, kann ich das auch ohne es abzudecken. Also ich mache sonst immer ein Handtuch drüber, aber das habe ich mich jetzt ohne getraut. Einfach weil der Topf nicht so voll ist. Ja, das ist jetzt also ein richtiges Cremesüppchen. Denn wie gesagt, ich möchte nicht diese typische Zwiebelsuppe, die ich auch sehr gern mag, aber heute soll es sowas werden. Und es kommen jetzt hier die Zwiebelscheiben rein, die ich vorher schon gerieben habe. Die sind roh. Ja, die stuppe ich mir noch runter. Und das wird jetzt noch mal für 25 Minuten auf 100 Grad, auf Linkslauf, denn ich will ja jetzt nicht die Zwiebeln zerstören. Und auf Stufe auch machen wir mal 1,5. Ja, und da werden jetzt die Zwiebeln, also die ich jetzt reingegeben habe, die werden jetzt natürlich auch garen in der Suppe und geben aber auch noch mal den Geschmack ab. Und dann sind wir nämlich schon fertig. Püriert ist es schon. Das wird jetzt noch mal so ein bisschen angicken wegen des Mehlens. Und vielleicht muss ich noch mal abschmecken, aber grundsätzlich war es das. Und ich mache nämlich jetzt weiter mit meinem indischen Fladenbrot, was frittiert wird. Ich habe schon die Fritteuse extra mir schon hingestellt, ist auch schon das Fett drin. Also hier alles wegräumen, Thermomix zur Seite und dann mache ich hier mein indisches Fladenbrot. Ich stehe schon parat, weil das riecht schon so unglaublich gut. Also noch 3 Minuten. Bei mir wird einfach gleich nur ein bisschen Parmesan noch oben drüber gegeben. Das ist allerdings so optional. Wie alles optional ist, muss ich auch gar nicht zeigen. Und ich habe auch schon bereit stehen hier meinen Suppenbehälter. Da kommt es gleich rein, damit ich die Suppe mitnehmen kann und dann bleibt die schön heiß. Also so sieht die Suppe jetzt aus. Und ich nehme nur eine kleine Menge hier zum Probieren. Und die ist richtig schön. So eine Cremesuppe, aber dann halt mit den Zwiebeln als Einlage. Da kommen jetzt einfach nur ein paar Parmesanspäne drauf. Die lasse ich kurz anschmilzen und fülle mir nämlich meine Suppe hier schon mal ab. Und jetzt geht es hier noch an die Geschmacksprobe. Sehr lecker, sehr heiß. Also das muss ich dazu sagen, schon mal als Warnung. Und sehr köstlich. Also es könnte vielleicht ein bisschen mehr Salz noch dran sein können, aber naja. Da ist jeder ja, hat jeder auch eine andere Vorstellung. Und jetzt hier natürlich noch mit den Zwiebeln, was natürlich, also das macht so attraktiv, dann so eine Zwiebelsuppe zu essen, wenn dann immer diese Zwiebeln noch rausgucken. Ein Essen für ein erstes Date. Definitiv. Also, meine absolute Empfehlung, ich kann es euch aufschreiben, gerade vielleicht auch für die Feiertage, als Vorsüppchen. Also es ist jetzt natürlich für vier Personen ohne irgendwie was, fände ich es jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig, um satt zu werden. Aber, als Vorsüppchen, oder wenn man jetzt halt ein schönes Brot hat. Ja, absolut perfekt. Ja, also, ich kann es euch nur empfehlen. Schreibt es euch auf. Genießt das Leben mit eurem Leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.